Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück im Mittelalter mit Mountain Blade Bannerlord 2 und ich glaube wir wollten letztes mal uns hier ein bisschen einschleimen, Missionen machen. Zusätzlich brauchen wir noch Truppen und ganz wichtig natürlich die Nahrung, weil ohne Nahrung gibt es auch schlechte Moral. Food, da sehen wir es, Minus 2. Da müssen wir das einkaufen. Ne, nein, nicht rekrutieren. Einkaufen war unter Trade. Gold brauchen wir auch noch mehr und die ganze Rüstung können wir uns hier gar nicht leisten. Jetzt haben wir überhaupt nichts zu futtern mehr. Dann tut es mir leid, dann gibt es nur Getreide. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen Räuber jagen. Was gibt es hier für Missionen? Army of Pochers. Ach, das ist irgendwie so eine scheiß Mission, wieder bestimmt mit trainiere zehn Leute für mich. Das ist gestuldenes Gut. Das ist eine Mission und die habe ich bisher noch nicht verstanden. Weil, wenn man bekommt Gestuldenes Gut, dann weiß ich nicht, wenn ich das Gelände verlasse, dann findet mich immer jemand und sagt, hey, was hast du denn da? Gestuldene Gut, das ist doch nicht erlaubt. Und wenn ich dann sage, ja, verpiss dich, dann gibt es immer, behalte ich zwar die Ressourcen, die ich in die andere Stadt bringen soll, aber bin bei einer Person im Mountain durch. Darum, ähm, das lassen wir hier erstmal. Sprechen wir trotzdem mal mit ihnen, aber ich denke mal, der sagt uns gleich wieder, der hat irgendwie Probleme in irgendeinem Dorf oder, ähm, Probleme mit irgendwelchen Leuten, aber auch einfach Soldaten. Ich habe die Mission bisher nicht einmal geschafft, weil entweder sind die Soldaten mir gestorben. Passiert halt. Die leveln halt nur auf, wenn sie halt kämpfen, denke ich mal, ne? Also früher im alten Mountain Blade hatte man diese Zeltfunktion. Man konnte sich auch einfach hinstellen, glaube ich, und auch so seine Leute trainieren. Ne, gar nicht. Man konnte im Dorf, äh, in so ein Dorf gehen, sagen, hier, äh, ich möchte jetzt mal trainieren und dann hat man die Dörfler immer mit Stöckern kaputt gehauen. Und dadurch haben die trainiert. Das ging auch. Stimmt, müsste man testen, ob das hier auch funktioniert. So. Ich bin Heinrich. Und wer bist du? Valaus. Aha. So. Bla, bla, bla. Genau. Was für ein Problem hast du denn? Er hat wirklich richtigen Trouble. Real Trouble. Aha, 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 aha. Bla, bla, bla. Ja, und was können wir für dich tun? I want to crush them. Go to Elypia and kill them all. Wo ist denn Elypia? Das ist natürlich ein Dorf von unserer Fraktion, wo wir quasi, ähm, natürlich, ähm, ja, wo wir uns halt aufsteigen wollen. Das hilft uns nicht weiter. Äh, Äh, nein. Diese Mission, äh, das ist hier gerade ausgegraut. Liegt daran, wenn wir Champions haben, dafür brauchen wir natürlich Geld, weil die kosten immer so zwischen, äh, 800 bis, äh, 3000, äh, Goldstücke. Und, ähm, dann kann man denen zwar Leute geben, und dann sollen die das mal versuchen. Im schlimmsten Fall stirbt dein Champion, oder kommt nicht mal wieder, keine Ahnung. Ähm, ja. Gut, aber die Mission können wir nicht machen. Ab und zu, wenn man so durchs Land reist, findet man auch, ähm, ja, so Barbaren oder Banditenverstecke. Und, äh, meistens gibt es dazu auch eine Mission. Also einfach zur nahegelegenen Stadt oder Dorf reiten und dann mal anfragen. Und irgendwer findet sich, der da möchte, dass es, äh, aus, eliminiert wird, die Wande. Das ist immer leicht verdientes Geld. Was ich noch nicht ganz so standen habe, ist mit diesen Influents. Ähm, ich warte meistens immer ab, wenn Krieg ist, quasi, dann, äh, versuche ich die anderen Länder rein zu plündern oder kleinere Lords, ähm, ja, zu killen. Oder halt, ähm, zu schlagen, quasi. Das gibt auch Influents, aber ich muss mal gucken, wie wir das noch bekommen, weil damit können wir, äh, ganz viel machen. Wenn wir an eine Fraktion gehören. Noch gehören wir ja keine Fraktion an. Geplant, also der, der Gedanke war ja, dass wir uns hier quasi niederlassen. Da können wir uns mit denen auf die Nase hauen, mit denen, mit denen, mit denen, mit fünf Leuten. Mit fünf Fraktionen. Ich selber spiele gerade noch nebenbei diese Fraktion und kloppe mich gerade mit den Wikingern. Ist aber irgendwie ultra langweilig. aber ich habe da schon gemerkt, ähm, also hier haben wir es ja, ich hoffe, es ist ja so eingestellt, dass wir quasi, ähm, dass ich sterbe, wenn ich also wirklich auf dem Feld bin, dass ich dann sterbe, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, oh, da sind mehr Looters. Da sind, äh, mehr Banditen. Kommt her. Das Problem ist, die borgen gerade. Die Belagerungskämpfe sind recht buggy. Ähm, wenn man so auf der Mauer steht und auf die Feinde runterguckt, ist okay. Aber ich habe da mal als Angreifer gespielt, einfach mal testweise und bin die Leiter hochgeklettert. Da war alles flüssig auf der Mauer, wo man dann halt das komplette Schlachtfeld auf beiden Seiten, äh, äh, sehen konnte. Auch das, die Innenseite der Borg, ähm, war so buggy und dann musste ich gegen 50 Leute kämpfen. Ich konnte nicht blocken, weil das alles so, ja, Frame für Frame quasi kam. Das ist keine Chance. Und wenn da mal ein Charakterdauer auf Tod wäre, würde ich echt kotzen. Das ist jetzt doof. Aber er hilft dir nicht. Da werden die mich zusammen 25 gegen 21. Dann werden sie ja gleich stark. Das wäre natürlich, äh, doof. Auch ein schönes Bild. Das ist so richtig schön Abenteuer. So, ähm, Tropen. Busse nach vorne. Formation gibt er auch gleich. Ich stehe immer auf Schildwall. Ich liebe Schildwall. So, dann nehmen wir uns doch mal die Pike und versuchen mal seitlich ein paar Leute aufzuspießen. Ähm, im Gegenteil, ich kriege einen auf den Sack. Ah, die schmeißen mit Stein oder Kartoffeln. Ich weiß es nicht. Das Gute ist, wenn wir uns ein bisschen beschäftigen und dann kriegen die Bogenschützen vielleicht mal einen Schlag. Das war doof. Ach, komm her, meine Zweihand-Axt. Ja! Oh. Oh, ich kam noch ran. Ich liebe die Zweihand-Axt. Schmeiß keine Steine, zieh dein Schwert, Junge. Das ist ein Schildwall? Pah. Weil Grimdias Bart. Alter, ich mag diese Zweihand-Axt. Alter Schwede, ich werde hier Baumfäller. Ich fäll hier die Bäume. Komm, du kleiner Bauer. der Räuber. Zack und tot. Aber ich glaube, sonst würde ich gerne... Sonst würde ich eher Schwert und Schild bevorzugen. Haben wir aber gerade nicht. Ja, viel Prisoner, nimm mal mit. Aber bei den anderen hoffe ich noch, dass wir die rekrutieren können. Oh, nein, da konnten wir Leute... naja. Weiter mal hin. Vielleicht kriegen wir im Dorf noch was. Maximal können wir wie viele Leute mitnehmen? 23, ah. Ist ja nichts. Ja, und Banditen-Looter quasi, die können nicht aufsteigen. Das muss man erst quasi lernen. Ja, warte, Kinzel. Frei weg. Ich glaube, es war unter Leadership irgendwo. Ich habe ja gar nicht gelernt. Ich glaube, irgendwo stand das, dass man auch Banditen quasi, dass die aufsteigen können. Oh, nee, ein Punkt war da noch. 10% mehr Schaden, ja. Bei Angriffen mit der Kavallerie. So. Success. Willst du? Ich versuche, so eine kleine Mission nebenbei zu machen. Ein bisschen nebenbei, ähm, Banditen zu jagen. Und, ähm, ja, wenn, wenn Krieg ausbricht, dass wir dann so um die 50 Mann sind, wäre schon gut. Und, was hat er denn für Probleme? Hm. Nee, komm, das ist auch wieder eine andere Fraktion ausboten. Mit Gewalt. Äh, solange ich da keinen habe, lasse ich das erstmal lieber. Hm. Die sind keine Banditen irgendwie so richtig. Hm. 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 ein Stück. Ja, gut. Was ich noch nicht verstanden habe, es gibt hier so, äh, freie Ritter. Ähm, die gehören keiner Fraktion an, aber die gehören zu irgendeiner, wenn ich sagen, Bande, aber, gilte auch nicht. Das habe ich noch nicht so verstanden, ob es einfach frei, im Bund freier Ritter ist oder so. Weil die haben kein Land. Die sind aber häufig, haben sich meine Wege gekreuzt und ich habe einfach mal welche gekillt. Die hatten gute Rüstung dabei. Weil an Rüstung kommen, ist sie auch nicht so leicht. Also Rüstung ist sehr teuer, ähm, was man wohl gut kriegt. Also hier, äh, Kettenrüstung oder so. Oder einen schönen Waffenrock. Da kommt man wohl eher schwer ran. Ähm, kann euch nicht updaten. Aber hier den nehme ich, dann, bei einem zu viel, lasse ich den Looter frei. So. Ich werde dann weiter nach Norden demnächst reiten. Entweder wegen einer besseren Mission oder weil ich finde man ja so einen Banditenunterschlupf. Ansonsten, das Problem ist, ähm, mit 21 Leuten macht es keinen Sinn, ein Dorf anzugreifen. Weil die werden, die haben, die Bauern verteidigen sich meistens auch mit 30, 40 Mann. Und, ähm, ja, mit 21 People da, das ist, äh, macht keinen Sinn. Oh, Riding, beim Reiten sind wir jetzt eine Stufe aufgestiegen. Jetzt bei 15. Okay. Ansonsten überfallen wir einfach mal in der nächsten Fraktion, ich würde sagen, Sarah 10 da unten. Da laufen bestimmt irgendwo Bauern rum, das ist doch mein Plan. Wir überfallen einfach mal Bauern und vielleicht sorgen mal für Krieg. Also ich finde die Sarah 10, oder ich sage einfach, das sind Sarah 10, also die Araber hier unten. Die, ähm, werde ich eh nicht spielen. Die können wir ruhig als Feind haben. Wir kommen nicht hinterher. Speed. Ach, der ist ja viel schneller als wir. 3,7, 3,7. Ne, im Gegenteil, gleich schnell. 3,7, 3,7, na, scheiß Dreck. Manchmal hat man Glück, wenn man gleich schnell ist, wenn eine andere feindliche Einheit oder so, wovon die Banditen Angst haben, vorbeikommt, dann, ähm, rennt er kurz in unsere Richtung. Dann, naja, kriegen wir ihn eh, alle keinen Ausweg mehr. So, die Schlachtung nochmal höchstpersönlich ab, oder? Finde ich auch. Auch schöne Rüstungen. Das ist ein Schild, weil der tut echt weh. Also, die haben zwar kleine Schilder, aber diese Piken, gegen Kavallerie, ach, ein, schön, 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 schön. So, Woodman, ein bisschen nach vorne. Also, ich hatte mein Single-Spiel auch, hatte das Problem, meine Infanterie, krepiert immer, meine Bogenschützen sammle ich immer mehr und, ähm, werden halt immer mehr, dass ich mittlerweile mehr Bogenschützen habe, als Infanterie. Das ist natürlich totale Kokolores, aber die Infanterie, die ich habe, die ist halt auch super ausgerüstet. Oh, ich habe daneben geschlagen. Oh, die Steine, die verbeulen meine Rüstung. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Dein Todesschrei ist Musik in meinen Ohren. Ups. Na, du stehst du nicht. Ah, das dauert mir zu lange. Infanterie, äh, Infanterie sei ich schon. Ja, doch, Infanterie. Ich dachte gerade an Kavallerie, aber, habe es dann doch richtig gesagt. Nezimida, ihr braucht auch Erfahrungspunkte. Hinter euch. Oh, den hole ich mir. Das ist meiner. Bäumchen, wohin des Weges? Ey, den wollte ich machen. Verkackte Bogenschütze, den reite ich nochmal drüber. So. Damit er auch wirklich tot ist. Ja, we won. Oder so. Hm. Guckt euch diese Waffe an. Die Killersichel des Grauens. So, ein bisschen Fisch haben wir. Aber sonst, oh, bessere Stiefel. Aber, sonst alles, nichts, was wir brauchen. Wie laufe ich privat rum? Der letzte Horst. Vielleicht bessere private Kleidung. Sieht noch schlechter aus. naja. Jo. Dann machen wir mal einen Abgang zu den Serrat 10. Das heißt, wir müssen einmal hier quer rüber. Weil man kann über diese Landpassage da gehen. Und ich spule mal ein bisschen vor. Außer, wir haben hier irgendwie was Interessantes, was wir gleich brauchen könnten oder töten könnten. Oh, oh, genau wie eine feindliche Armee. Wo gehst du hin? Nee. Man sieht später, wenn man einer Fraktion angehört, geh weg, du kleine Kackfliege, mit wem man in Krieg ist. Aktuell sehen wir es nicht. Ach, fünf Looters interessieren mich nicht. Wir gehen das alte Ziel weiter. Ja. Ja. So, nach dem kurzen Schnitt bin ich auch wieder da. Egal ob Corona oder nicht, die Post läuft. Ah, jetzt ist mir ein bisschen die Puste weg. Wir haben viele Etagen. Oh, muss ich meine sexuelle Schwungmasse mal nach unten bewegen? Ah, so, die Looter brauchen wir nicht mehr. Hm, scheiße, war eine zu viel, ja, die ich gerade rekrutiert habe. Dann kann er gehen. Und wir gehen weiter unseres Weges. Ach, ne. Müssen wir natürlich anmarkieren. Aber ich glaube, wir müssen erstmal gleich... Ach, egal, die sind schon weg. War ich zu langsam? Irgendwas unterwegs töten oder einkaufen. Ja, zum Beispiel. Diese sind doch ganz nett. Die holen wir uns mal. Rennen auf jeden Fall in die richtige Richtung, also da kann man nichts gegen sagen. Oh, das wollten sie gerade abbiegen. Aber wir haben es noch gekriegt. Tja. Surrender or die. Hm. Ich bin für die. Die hart, Junge. So, wir senden mal unsere Grupps. Müssen ja auch mal ohne uns was können. So, haben wir ein paar Looter gefangen. War auch die richtige Entscheidung. So, konnten wir endlich mal ein paar Leute abdaten und wir kriegen Getreide. Ein Getreide. Hat sich ja echt gelohnt. Aber wir sind auch bald da, wo wir hinwollten. Dann gehen wir hier nochmal in die Stadt rein. Mal in die Arena gucken, ob was drin ist. Dann können wir ein paar Sachen verkaufen. Ein Sichelhammer brauchen wir nicht. Kann auch weg. Diese tolle Kleidung. Ja, kann alles weg. Dann haben wir ja gar nichts da, ey. Scheiße. Nicht mal ein Schild habe ich. Nichts. Scheißverein. So. Fisch ist immer ganz gut. Tja. Oliven. Mal kommen wir mal. Ich fasse Oliven mit. Wir brauchen mehr Geld. Das hilft einfach nicht. Ich stört gerade, dass wir so wenig Leute mitnehmen können. Nur 21. Vielleicht muss ich noch mal auf Leadership gehen. Ah, wir können das sowieso. Warte mal. Machen wir den Punkt mal. Geh nochmal einen auf Leadership. Und. Ich würde einen gerne nochmal auf Einhandwerfen gehen. Hat sich jetzt die Druckmannzahl erhöht? Nein. Schade. Vielleicht muss ich auch einfach ein paar Level aufsteigen. Das geht natürlich am besten, wenn wir kämpfen. Ah, aber eine Karawane mit 50 Mann ist natürlich für uns zu viel. Manchmal laufen einfach die Dörfler rum. Die Dörfler bringen manchmal auch, also keine Karawanen, sondern diese Dorfbewohner, 16 Stück. Die kann man sich mal hier gut wegnuspern. Das habe ich nicht aufgepasst. Das sind, glaube ich, nur Infanterie. Ja, diese Geräusche sind immer schlecht, weil dann mögen uns irgendwelche Leute nicht. Passieren wir was. Minus 30. Wir gelten jetzt bei den Arsenen, oder wie sie sich die nennen, als, ähm, ja, als kriminelle Verbrecher. So, wir haben einen Kavallerie. Du musst mir jetzt immer folgen. Das heißt, ich darf keine Scheiße bauen. Weil vernünftige Kavallerie ist halt... Wo sind die denn? Ah! Die kommen ja genau auf mich zu. Scheiße, wo sind die denn? Ja, die greifen genau richtig an. Scheiße. So. Infanterie, Angriff! Jagd sie weg, die Dorfbewohner! Habt er sie? Ah, die Feinde fliehen. Es darf keiner überleben! Verdammte Axt! Oh, da sind noch zwei! Der läuft sogar mit ein, zwei Pfeilen im Rücken. Oh, der auch. Ist nicht wie ein Film. Man stirbt nicht mit einem Pfeil im Rücken. So. Ah, komm her! Meine Blut Axt will Blut! Oh, ich treffe ja meinen Kollegen, aber nicht den Kollegen. Komm, Blut für den Blutgott! Ja, kurz vorm Ziel hab ich noch gekillt! Hahaha! Ja, haben wir geschafft! Haben wir überhaupt Verluste? Ich erkenne immer nichts. Na, wir haben nur einen verwundet. Ah, sie haben null gekillt. Das ist gut. So, wir kriegen nur... einen Gefangenen. Erbärmlich. Ich hoffe... Oh, nichts zu essen. Nichts, was man verkaufen konnte. Ja, jetzt sind wir natürlich feindlich. Da müssen wir jetzt aufpassen, wenn irgendein Lord um die Ecke kommt, dann müssen wir natürlich weg. Und hier hinten... Ah, das ist ein Dorf. Ich wollte gerade sagen, das ist ein... äh, ein Versteck. Ich kann euch das ja mal zeigen. Wir reiten da mal hin. Weiter links ist nichts, ne? Schade. Das scheint schon sehr außerhalb zu sein. Das ist noch weiter weg. Naja, da ist eine Burg. Das Problem ist, wir können uns hier den Weg abschneiden. Und einmal hier durch... möchte ich eigentlich nicht, weil der nächste Punkt, wo wir quasi rüberkommen, ist hier. Hier kommen wir natürlich besser links, rechts vorbei. Hier ist ja immer diese Schneise, aber hier ist ja ein kompletter Seeweg. Mittelmeer. Da geht's nicht vorbei. Sieht so aus wie ein Mittelmeer, ne? Naja, aber ich fragte es, das passt nicht so nach Europa. Vielleicht das Mittelmeer so ein bisschen, aber sonst auch nichts. So. Wie viele Truppen haben die? 38 und 16 kommen gerade nach Hause. Das ist natürlich scheiße. Dann erledigen wir die doch mal zuerst. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht so nah wie jetzt gerade eben an eine Burg kommen. Müssen wir leider Looters nehmen hier. Vielleicht muss ich einfach nur hinter ihn kommen. Dass er an uns vorbei und dann umkreisen wir ihn. Nee, nicht so ganz. Ich wollte ihn eigentlich umkreisen, ihn weiter nach links drängen und nicht nach unten. Genau. Genau so. Ah, das andere von uns. Eine Karawane von uns. Von der Fraktion, wo wir zugehören wollen. Kannst du es natürlich sein, dass du jetzt ins Dorf flüchtest? Scheiße. Macht er auch. Ja. Dann müssen wir nochmal so einen Looter töten. Was ist alles? Was bist du denn? Ach, schade. Bleiben wir nochmal ein bisschen weiter. Nee, der hat auch Angst vor der anderen Karawane oder nur vor uns. Wie schnell geht der? 4,6. Wir sind es. 5,1. Das heißt, die kriegen wir. Und wir müssen weg. Und wir müssen weg. Und wir müssen weg. Weg, 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 weg. Schade, den können wir jetzt anquatschen wegen einer Quest. vielleicht doch eine Scheißstelle. Also manchmal können diese Bauern auch was Gutes haben. Also ich meine jetzt keine gute Rüstung, aber Waren oder sowas, die man wieder verkaufen kann. Keine Ahnung. Eisen oder so. Ah, hier sind ja Leute drin, ne? 30 an der Zahl. Weil das könnte das sind ja keine das könnte sein, dass das nicht so einfache Bauern sind. Nehmen wir mal dieses Tobilis. Da kommen sogar Bauern entgegen. Die wollen wir haben. 16 Stück da. Na los, nimm sie, greif sie an. Los. Ich hoffe, wir haben sie noch vor dem Dorf erwischt. So. Stirb, du Bandit. Du verkaufst keinen keine Lebens... Scheiße. Er war schon im Dorf oder wo kriegte er Unterstützung? Ja, vom Dorf. Wir waren zu nah dran. Dann verlassen wir das lieber mal. Hat er Glück gehabt, dieser kleine Saufbold. Als er wieder weiter gezogen. Geschwindigkeit 4,8, wir 5,1. Das war die richtige Entscheidung, dass wir das da verlassen. Das war nämlich ein bisschen zu knifflig. Dann holen wir uns sie jetzt. Und ich hoffe, mit guter Beute. So. Ich bin's nochmal. Wollte mich vorhin nochmal entschuldigen. Wir möchten euch jetzt attackieren. Ja, komm, da mögt ihr mich eben nicht. Das ist mir rumpel. Cool, dass das jetzt im Ladebildschirm angezeigt wird, die Aktion. Wollte ich gerade sagen, Alter. Wo sind meine Truppen? Follow me. Warriors. Hier vorne hin. Bogenschütze. Hier drauf. Ein bisschen Schutz. Schildweil. Schildweil. Wo ist die Axt der Freude? Meine. Meine Blutaxe, meine ich. Aua. Der hat mir den Stein getroffen. Der hat mich Pic genannt. So, Infanterie, Angriff. Habt euch lange genug mit Stein beworfen lassen. Los, meine Blutaxe will noch einen. Oder zwei. Oder drei. Bleib stehen. Schade. Halt, Stopp. Du hast eine Axt im Kopf. So. Haben wir gemacht. Geschafft. Jihau. Wir sind voll die Helden. Wir schlachten Bauern nieder. Juhu. Gibt sogar einen auf Moral. So. Fisch haben sie. 14. Oder ne, Achso, wir haben dann insgesamt 13 Fisch. Sogar ein Kamel. Cool. Die Rüstung ist jetzt nicht der Hammer, aber so ein bisschen Kamel für Nahrungsmittel. Ja, wenn wir jetzt Nahrungsmittel haben, dann können wir natürlich länger hier unterwegs sein. Müssten sie nicht gezwungen zurückzugehen. Wir haben 21 Leute. Wir können leider von euch da keinen rekrutieren. So, aber die 5 Looter brauchen wir jetzt nicht verfolgen. da sind 38 die verteidigen für uns das Dorf mal an. 15. Also, wenn das korrekt ist. Ah, 30. Ah, 15, weil hier sind noch die Bauern. 15, die verteidigen. Also, 30 Leute wahrscheinlich. 30 ist ne. Auch wenn es nur Bauern sind, dann nehmen wir hier lieber noch den Looter. Vielleicht warten wir auch einfach, bis die Bauern das verlassen. Und dann greifen wir nochmal an. Aber hier waren, glaube ich, so schon 38 Defender, Verteidiger. 4,9, 5,1. Wie kriegen wir? Irgendwo, irgendwo, irgendwo. Da kann ich schon weit weg. Ist ja dunkel. Den Dunkeln kämpfe ich nicht so gern. Ich bin zu dunkel. So, einen haben sie verwundet, die Schweine. Drogenschützen haben wir jetzt 5. Na komm, einen können wir mal nennen. Ich mag Armbrust schützen. Der hat natürlich nichts gehabt. Wir sind auch noch nicht, was gut ist, wenn man Kamele oder irgendwelche Reittiere noch nebenbei kriegt, dann geht das quasi auch unser Gewicht, was wir tragen können. Sehe ich hier unten gerade auch ein Dorf. Oh, das Dorf ist auch schön und dann können wir nämlich hier hinten rum. Das hat der kleine Heinrich noch gar nicht gesehen. Das schick Dorf. Bleibt mal ein bisschen schneller hier. Da sind auch 48. Ach man, das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn du ein Dorf auseinandernimmst da quasi, dann brauchst du auch Zeit. Und wenn während der Zeit natürlich andere Leute vorbeireiten, dann ist natürlich, dann wirst du natürlich angegriffen von hinten und dann hast du auch keine Freunde. Freude daran. Ja, schick uns mal in die Wüste ins Nichts. Ich hoffe, hier kommt noch ein bisschen was. Das sieht so ein bisschen leer aus hier. Alter. Oh, Hideout. Versteck. Ey, warum sind die so schnell? Wo bringt ihr uns hin? Halt, stopp. Warte mal ganz kurz. 5,2. 5,1 kommt man nie hinterher. Scheiße, ey, wir sind schon am Arsch. Ach komm, wir verfolgen sie trotzdem nochmal. Sind da so weit gelaufen. Am untersten Rand der Karte. es geht noch weiter. Scheiße. Jetzt sind wir auf der Karte weg. Wo reiten wir denn hin? Ah, komm, beim Spitzen ist am Fluss, müssen wir sie noch kriegen. Keine Chance, wir kriegen sie nicht. Jetzt reiten wir wieder hoch. 5 Tage durch die Wüste, keine Chance. Ja, komm, das hat keinen Sinn. 2 Tage verschenkt, weil wir mindst beatmäßig da, ach, die Leute da jagen. Urbanis, äh, Banditenversteck. Das würde mich mal interessieren. machen wir mal Platz. immer gespannt, ob sich das jetzt hier ein bisschen anpasst. Also normalerweise kämpfst du ja immer so ein bisschen am Fluss, von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Cool. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe kein Schild. Das ist natürlich doof. dann Bogenschütze nach vorne. Infanterie. haben wir. So, Bogenschützen, wir ein bisschen anlocken. Können die hier sein? Bogenschützen, nachrücken, nachrücken. Ach, hier gibt es richtige Höhlen. Da ist aber keiner drin. gut. Alle mir folgen. Kann es sein, dass wir da hinten schlafen? ja. Das war aber nur einer, der hier schlafi, schlafi gemacht hat. Suchst ihr ja einen Wolf hier? Los Männer, folgen. Ich weiß, ich könnte sie auf follow me einstellen, aber dann laufe ich immer nach vorne. Da habe ich keine Lust. Weil ich habe kein Schild. Die sind mein Schild, weil. Bogenschützen, ihr könnt angreifen. Aber doch nicht. Habe ich schon gesagt, ich liebe diese Zweihandachse. Jetzt reicht es mir aber hier. Verdammt. Hinten auch noch. Das ist auch frech. So, alle move und follow me. Kein Bock immer ist. Aber wachen die eine gute Höhle, oder? Das ist richtig cool. Wo sind die Nächsten? Hey! Danke. Hä? Hallo, wo seid ihr denn? Ich bin's, der lieber Heinrich. Ich tue euch nichts. Ich habe nur eine kleine Axt. Ich tue euch nichts. Ah, hier liegen Leichen. Hier waren wir. Links, glaube ich, geht es nicht weiter. Hier rechts. Gehen wir mal geradeaus weiter. Äh, wo seid ihr denn? Juhu! Das gibt's noch nicht. Verstecken ist hier echt gut. Also ich glaube, hier würden wir das Gebiet verlassen. Wir gehen nochmal auf diesen Hügel drauf, dass wir runtergucken können. Aber ich glaube, hier geht's einfach nur lang geradeaus. Also das kann nicht richtig sein. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Also das ist, wie ich hier die, ähm, Banditen, äh, Verstecke auch so ein bisschen unterscheiden. Obwohl die Seile noch ein bisschen in der Luft hängen, aber ist trotzdem gut. Dass man sich die Mühe macht, das ein bisschen zu unterscheiden. Und ich habe echt gerade ein Problem, die letzten Banditen zu finden. Das gibt's doch nicht. Hallo! Habt ihr schon den Heinrich gesehen? Juhu! Verstecken die sich? Weil laute Anzeige oben müssen ja noch zwei, drei Leute irgendwo leben. Ja, hier waren wir auch schon. Hier ist auch ein Toter. Hier geht's höher? Oder täuscht das? Dass man auch nicht schnell laufen kann. Dass man das auch eigentlich trainiert. Nee, ich würde sagen, wir bleiben da, wo Feuer ist. Bei dem Wald ist es ja auch immer, dass die da quasi Lagerfeuer haben. Und du musst dich immer an diese Lagerfeuer orientieren. Denn bei jedem Lagerfeuer quasi ist irgendwo einer. Ich würde sagen, wir gehen hier nochmal rein. Vielleicht gibt's da noch irgendwo eine Abbiegung, die ich nicht vorher gesehen habe. Hmm, scheint aber nicht so zu sein. Nächste Lager habe ich noch nie für ein Banditenlager gebraucht. Oh, ist Neukampfmusik? Ah, die fängt von vorne an. Gut, rechts brauchen wir nicht. Dann gehen wir zum nächsten Feuerchen. Ne, ich wollte gerade sagen, da steht einer. Es ist ja aber nur ein Rad gewesen. Hallo, wo versteckt ihr euch? Kommt raus, ich will spielen. Guck mal. Da liegt schon eine Leiche, da war man. Wir kamen bestimmt von unten oder so. Oder ne, wir haben, sind hier vielleicht vorbeigelaufen. Moin, aufstehen! So. Ah, jetzt gibt's hier die Zwischensequenz. So. Und wir lassen uns nicht auf den Einzelkampf ein. Nein. Und tschüss. Ich hab Harami getötet. Oder ein Harami. Na, yes! Juhu! Und sie haben keinen getötet? Wunderbar, aber viel verwundet. Acht Minuten waren das nur. Gefühlt war es auch. Das ist ja... Na gut, das sind die Gefangenen. Oh, die Reiter hätte ich gerne. Wie viele Gefangenen können wir überhaupt noch nehmen? Drei Stück? Also, ich glaube, es macht langsam Sinn, welche zu verkaufen. So, jetzt bin ich... Oh, ein Schwert und ein Billigschild. Ein Billigschild ist ja schon mal besser als gar kein Schild. Und ist das was Besseres? Oh, ja. Ein Cape. Vielleicht so für meinen Zivilisten-Style. Ah, sieht doch gut aus. Die Robo sieht doch besser aus. Bier haben wir... Ey, was ist das für eine Waffe? Achso, weil das bei der Person nicht... Ich hatte schon, wir haben eine seltene Waffe gewonnen oder so gefunden. So, aber ich möchte mir gerne nochmal die Waffen angucken. Schade, dass wir nur vier Waffenslots haben. Ich hätte mal echt... Ich würde echt gerne mal so... Ach, machen wir. Wir nehmen einfach mal so eine Einhandwaffe. Kloppen mal damit welche weg. Ein simples Bastardschwert. Das sind meine Lieblingsschwerter, weil die Kontos, die glaube ich, als Einhand- oder Zweihandwaffe tragen, die Bastardschwerter. Schwertherr. Finde ich gut. Nehmen wir das Schwert statt diese Spitze, weil vom Pferd aus mache ich ja meistens hier Blackheart. Also die tolle Axt. Das schwarze Herz. Die Axt ist einfach super. Wie viele Verletzte haben wir? Wir haben gar nicht so viele. Und die sind irgendwo aufgestiegen. Zweihand. Hitpoints oder Learning Limit. Ne. 1,5 Damage pro Skill. Da machen wir mal Damage. Ach, wir haben auch generell einen Punkt. Gehen wir mal auf zwei Handwaffen. Macht aber Spaß. Ach, komm, ich mach mal. Nein, verdammt. Cancel, cancel, cancel. Ich bin beim Poolarm gewesen. Das wollte ich nicht. Hier wollte ich hin. So viel dazu. Kriegen wir die Bauern noch? Ich glaube nicht, ne? 3,8. Das ist halt einfach zu schnell. Okay. Dann will ich noch einmal gucken. Nur mal ganz kurz. Auch wenn das Video ein bisschen länger wird. Tut mir leid. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob wir das Dorf jetzt da überfallen können. Ob vielleicht die Leute aus dem Dorf weg sind. Wenn da nur 16 Leute drin sind oder so. Und dann überfallen wir das Dorf noch. Nein, es sind 48. Ja, kacke. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir nächstes Mal, ob hier hinten noch ein, zwei Dörfer sind die überfallen. Ansonsten viele Gefangenen können wir nicht mehr nehmen. Truppen können wir auch nicht rekrutieren. Also wir sind quasi voll. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen Platz kriegen. Leute rauskanten, Gefangene verkaufen. Ja, schade. Ich hätte jetzt mehr gedacht, dass wir das ist irgendwie hier, dass wir mehr ja, mehr tolle Ware bekommen. Oder bessere Ausrüstung. Na gut, wir haben jetzt ein Schwertchen bekommen. Aber es war eher vom Banditenlager als hier von den Dorfbewohnern. Na gut, wenn es euch gefallen hat das Video, lasst doch mal gerne ein Like, ein Kommentar. Ansonsten, oh, wir sind bei Pleite. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.